Hallo zusammen, heute ein Päckchen von Pandora's Box. Cool, das passt hier aber nicht rein. Warum? Pandora hat mir verraten, dass in der Box noch was drin ist für mich. Darum symbolisch das da drauf, was für mich ist, machen wir dann mal später in einem Haul. Jedenfalls unten in der Beschreibung der Kanal von Pandora's Box. Lasst dort ein Abo da, da würden Sie sich freuen. Vor allem jede Menge Likes, das ist der beste und tollste Lohn. Und vor allem, wie bei jedem anderen, Kommentare, Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn wir weiter die Mystery Box füllen, ist ja wohl logisch. Also, ciao.